Herr Kramer, l'accepte, Herr Kramer. Sozialdumping ihnen zu. Was haben wir davon, wenn zum Beispiel in Litauen oder Lettland, wenn demnächst dort nur Kfz-Fahrer sind, die aus Weißrussland kommen, weil sie eben Sozialdumping haben? Das bringt Europa nicht zusammen, das entzweit uns. Deshalb brauchen wir gleiches Lohn, gleichen Lohn für gleiche Arbeit am selben Arbeitsplatz. Ich komme aus einem Land, wo die sozialen Partnern tatsächlich machen, die kollektivale Bargänung, ich bin nicht gegen eine Minimumweige, aber es geht um die Partnern zu entscheiden, was der Level sollte. Und ich glaube nicht, dass...